Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten League of Legends Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der David, bin 20 Jahre jung und zocke bereits seit geraumer Zeit, seit ich ungefähr 3 oder 4 Jahre alt bin. League of Legends zocke ich dann circa seit ungefähr einem halben Jahr, habe aber auch schon meine gute 160 Spielstunden auf dem Buckel. Habe Level 60 erreicht, äh Quatsch, Level 60, Level 30 erreicht und habe auch schon meine 10 Promotion Matches gemacht, wurde in Silber 3 gerankt. Ja und jetzt probiere ich natürlich in den Rankings so weit wie möglich nach oben zu kommen und da habe ich mir gedacht, ja, lässt deine Zuschauer doch daran teilhaben oder generell die Außenwelt. Und hast ein bisschen Spaß mit denen beim League of Legends zocken. Äh, nicht wundern, ich habe eigentlich immer die englische Sprache drin, aber die deutsche Sprache habe ich jetzt genommen, weil ich auch nebenbei ein Tutorial plane. Eine Tutorial-Reihe für Anfänger von League of Legends, das muss ich ja keinem erklären, wie kompliziert und komplex das Spiel auch teilweise ist. Äh, vor allem, okay, ich mag auch die Leute, die stundenlang hier rumpingen. Ähm, ja und vor allem, also jeder, der League of Legends näher kennt, der weiß, wie verdammt anstrengend das ist, erstmal sich reinzufuchsen. Wenn man hat so viele Items, man hat darüber hinaus auch noch sehr, sehr viele Champions. Gefühlt sind es dann 100, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele es genau sind und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ich spiele jetzt Nasus auf der Top-Lane. Am Anfang einigermaßen squishy und, ähm, gegen Mitte, Ende wird er aber tanky und wenn man gut gefarmt hat mit ihm und vor allem mit dem Q-Spell, dann kann man hier auch gut Schaden austeilen. So, und wir spielen gegen Akali Top-Lane, eigentlich eine Mid-Lanerin, aber, äh, der Zed geht auf die Mid-Lane und die Akali hat Teleport dabei und kommt auf die Top-Lane. Was mir eigentlich nicht so gefällt, ich mag es lieber gegen klassische Top-Laner zu spielen. Ich habe zum Beispiel gegen Riven immer wieder ein einfaches Spiel, obwohl es ja heißt, Riven sei ein Counter zu Nasus. Äh, das stimmt zwar, in der Anfangsphase ist es richtig schwierig mit Nasus gegen Riven zu spielen, aber sobald man mal ein bisschen sich, ähm, zusammenreißt und die ersten 10-12 Minuten überlebt, kriegt man die Riven mit 2-3 Q-Spells platt und, äh, ja, insgesamt gesehen ist es dann auch kein allzu großes Problem. Ja, mit Nasus spiele ich auch am liebsten dann in dem Spiel und auch am liebsten gehe ich auf die Top-Lane. Was ich aktuell noch gar nicht kann, ist ADC zu spielen. Also, eigentlich alles kein Problem, auch Support spiele ich viel lieber als, ähm, in der Rolle des ADC, weil ich das halt wirklich nicht kann. Das liegt nicht daran, dass ich nicht farmen könnte oder so oder ansonst was, aber ich mag das auch generell nicht. Ich habe ein paar Spiele als Mid-Laner gespielt, Mid-Laner finde ich auch nicht ganz so cool, weil man halt als ADC und Mid-Laner so ein bisschen squishy ist. Du bist in einem Kampf, bist du halt, glaub ich, mit der Erste, der fällt. Als Nasus ist es halt cool, du ziehst einiges an Feuer auf dich, natürlich, weil jeder will eigentlich den Nasus wegkriegen am Ende, weil der ist, ähm, mit der Stärkste am Ende durch seinen Q-Spell und jeder will eigentlich Nasus am Ende wegkriegen und dann wird man zwar gefokust, aber man, ach, scheiße, da habe ich die Q verpasst, ähm, aber die Sache ist dann am Ende, hält man einiges aus, kriegt einige Kombos ab, bevor man stirbt und dann hat das Team, das eigene Team quasi freie Bahn, weil die Gegner schon ihre ganzen Kombos abgefeuert haben. Ja, als Start-Item habe ich mir den Rubin-Kristall, heißt der, glaub ich, auf Deutsch, ja, geholt, äh, was man später auch zu Spirit-Visage, äh, zu Geistessicht, müsste es sein, ausbauen kann, bringt einem Cooldown-Reduction, also allein schon wegen des Cooldown-Reductions habe ich es mir geholt und weil man es ausbauen kann. Dorans Schild kann man sich zum Beispiel auch am Anfang mit Nasus holen, ähm, nur hat man ohnehin schon einen Lifestyle und deswegen bringt die Lebensregeneration beim, äh, beim Dorans Schild nicht ganz so viel, finde ich. Wenn man sich von Anfang an ein Item holt, was mehr Leben als Lebensregeneration bringt, dann kann man sich mit Nasus auch umso höher heilen. Ist ja klar, wenn man mehr Leben hat, hat man auch mehr Lebenspotenzial, sag ich mal, am Ende und, also mehr Leben zu füllen und deswegen ist es, finde ich, auch eigentlich ganz sinnvoll mit Nasus am Anfang auf ein Item zu gehen, was man direkt ausbauen kann. Was ich mir auch hin und wieder geholt habe, ist dieses Crystalline Flask. Oh, die wird jetzt ein bisschen agressiv hier. Sollten wir aufpassen. Aber ich habe weniger Probleme gegen die, als ich gedacht habe, weil eigentlich mag ich es nicht gegen Appeler zu spielen auf der Top-Lane. Ja, die hat sich aber auch die Stoffküstung direkt geholt. Warum genau, weiß ich nicht. So, na. Slow. Ja, das war jetzt dumm. Das war jetzt sehr dumm gegen die. Soviel zum Thema am Anfang. Zusammenreißen und nicht sterben. Aber es ist noch lange nichts verloren. Wir können uns hier noch locker zusammenreißen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf das nächste Coulon Reduction Item schon bauen soll oder ob ich mir lieber etwas Maggi-Resi holen soll. Ich hole mir lieber ein bisschen Maggi-Resi. Kann mir noch zwei Healpots. Den dritten, den könnte ich mir auch leisten. Den hole ich mir aber nicht holen. Und dann geht's back auf die Top-Lane. Top-Lane fehlt. Kurz Bescheid sagen. Ja, da ist sie backgeportet. Ach, scheiße. Ja, die Maus hat ein bisschen gehangen. Eigentlich wollte ich natürlich den Minion mit wenig Leben gerade noch bitten. So, aber 66 Stacks ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ja, ich bin nach der Promotion in Silber 3 gewesen. Da habe ich noch zwei, drei Matches mit ein paar Kumpels gemacht. Und dann lief es auch eigentlich ganz gut. Ich war, glaube ich, kurz davor, die 100 Punkte zu erreichen, die man braucht, um in die Promotion-Matches zu kommen für die nächsthöhere Liga. Für Silber 2 entsprechend in diesem Fall. Aber das Problem ist, dass man dann auch gefühlt nur noch mit Trollen spielt. Oder auch mit Leuten, die selbst richtig schlecht sind dann in dem Match. Und sich dann die ganze Zeit beschweren, wie schlecht man doch sei. Ah, die Akali hier. Nervig. Ich hasse Champions, die sich unsichtbar machen können. Das ist richtig nervig. Ich hasse auch zum Beispiel, welche die Doppelgänger machen können. Sowas wie Wukong oder Shaco. Bei Shaco und Wukong merkt man es ja, wenn man einmal ein Q-Spell zündet. Und dann sieht man, okay, die haben 80% des Lebens verloren. Dann weiß man, entweder man hat gut gefarmt mit dem Q-Spell. Oder aber, okay, das war jetzt das Double. Aber da ist es auch meistens schon ein bisschen zu spät. So, ah, die Akali probiert sich immer wieder damit ins Spiel zu bringen. Ja, die verhindert auch gerade aktiv, dass wir farmen. Ist auch nicht so geil. 43 Farmen, trotzdem sind wir Farmen-Leader nach ihr. Ah, ich probiere auch immer wieder ein bisschen von der Distanz zu farmen, wenn ich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Ah, das war, da war der Flash vielleicht ein bisschen überflüssig. Den Slow hätte ich nicht zünden sollen, sondern die Ulti vielleicht stattdessen machen sollen. Ah, aber erstmal Hauptsache in Sicherheit vor der. So, und eigentlich warte ich immer gerne, bis ich meinen Teleport wieder ready habe, denn ich verliere ungern die Zeit beim Lane. Nutzt man viel lieber zum Farmen, aber ich glaube, in diesem Fall war das echt notwendig. Denn die haut schon ordentlich rein, hat sich hier auch schon geisterhafte Erscheinung. Immer wieder lustig, die Namen auf Deutsch zu lesen, wenn man auch nur die englischen Namen kennt. Sehr ungewohnt. Okay, ja, das Team steht 1-4. Sollte man sich mit 0-1, glaube ich, auch nicht so beklagen, aber... Könnte das Team auch ruhig ein bisschen was Besseres gerade leisten. So, die Top-Lane fehlt mal wieder. Ach, schade. Das hasse ich immer, diese Momente, wo es so knapp ist und man dann doch den Farm nicht kriegt. So, ansonsten... Immer entspannt sein und mit dem Q-Spell draufhauen und dann wird er schon mit Nasus. Im Endgame werden wir wahrscheinlich sowieso stärker sein als die Akali, als eigentlich so gut wie jeder. So, hier, den haben wir leider nicht stacken können. Die großen Minions und die großen Jungle Creeps, die bringen jeweils immer 6 Stacks, wenn man die mit dem Q-Spell last hittet. Das ist immer ganz hilfreich. Und auch Champions und Turrets. Turrets stacken finde ich immer am lustigsten. So, und wir haben jetzt 114. Das geht auch schon einigermaßen. So, hier mal kurz Warden, damit keiner reinkommt. Beobachtet man ja auch immer wieder in Pro-Matches, dass das Warden sehr wichtig ist. Generell, Vision ist ja auch in StarCraft zum Beispiel so. Ich habe sehr lange Zeit, wirklich sehr exzessiv möchte ich nicht sagen, aber ich habe schon einiges an StarCraft gezockt. Ja, jetzt engage die wieder. Macht sich unsichtbar hier. Man merkt, ich habe so ein bisschen Problemchen mit unsichtbaren Champions. Kann die aber auch so schlecht bekämpfen, wenn man die nicht sieht. Ja, in StarCraft kenne ich das auch. Da ist es eigentlich sehr wichtig, immer zu scouten. Ich würde sagen, in League of Legends ist es jetzt nicht ganz so essentiell. Aber es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man einen Überblick hat, wo die Gegner sind. Das ist halt für das taktische Spiel dann immer wichtig. So, jetzt können wir die vielleicht holen. Oh, die Niederlehe, ja, die hat noch ganz gut Leben. Oh, jetzt aber, jetzt wird es eng. Ach, scheiße, der Q-Spell, da zünde ich den auch noch auf einen Minion. Ah, scheiße, und jetzt hätte ich den Flash gebrauchen müssen. Kacke. Kacke, kacke. Ja, okay, und die Niederlehe beschwert sich jetzt auch. Ja, kann man nichts machen. Manchmal läuft es halt scheiße, ne? Hat auch ein sehr, sehr schlauer Mann namens Forrest Gump gesagt. Scheiße, passiert. Ja, aber ich denke, das kann man alles nachholen. Das ist kein Problem. Dass das Team allgemein 2-6 steht, das macht mir schon wesentlich mehr Sorgen. Und das ist zum Beispiel ein Fehler, den man sehr, sehr gerne als Anfänger macht. Das habe ich auch bei den ersten zwei Malen gemacht. Der Gegner hat übrigens einen Drake geholt. Sauber. Hat scheinbar auch keiner reagiert hier. Ah, der Kogmarf. Ja, der hatte kein Leben. Okay. Nämlich, dass man sich zu einem Minion wieder an die Lane portet. Das ist ein großer Fehler, den man macht als Anfänger. Denn der Cooldown, wenn ihr jetzt hier bei mir schaut, der Cooldown beträgt 240. Und wenn ihr euch zu einem Minion backportet, ist es glaube ich 300 Sekunden. Oder wenn ihr zu einem Ward portet. Was zum Beispiel gegen Ende eigentlich recht klug ist. Und dann kann man zum Beispiel ein Backport machen. Dass man sich irgendwie unbemerkt zu einem Ward hin portet. Und dann zum Beispiel eine Lane durchpusht. Aber wenn man das so für die Laning-Phase macht, ist es schon eigentlich recht blöd. So. Am Anfang hat mir das mit dem Farm noch mehr gefallen. Aber jetzt hat die uns ein bisschen unter der Kontrolle. Unter Kontrolle. Hat sich auch direkt offensive Items geholt. Klar, die ist ja auch aktuell ein Schritt vor uns. Obwohl, soweit auch nicht. Elf Farmen mehr. Aber auch zwei Kills mehr. Das ist auch einiges. Hätten wir den Kill von gerade eben echt gebrauchen können. Ja, okay. Nidalee. Das war jetzt ein bisschen zu hektisch, dieser Dingsversuch. Ja, gut. Ich will auch eigentlich generell nicht gegen die Akali engagen. Und eigentlich auch nicht mit dem Gank. Weil ich mir da ein bisschen unsicher bin. Ich glaube, die ist echt ziemlich stark. Ja. Nee, nee, nee. Das mit Sejuani habe ich keine Lust. So, ja. Kriegt noch ein paar Tower-Hits ab, der gute Jungler von denen. Ja, alles kein Problem erstmal. So, und wir gehen erstmal zurück. Denn ein bisschen angeschlagen sind wir ja. Und auch auf Sejuani habe ich keine Lust. War gerade auf der Lane. Und die Lane war einigermaßen noch weit gepusht. So, dass der Turret hoffentlich nicht fällt. Ja, ich denke nicht. Und ich hoffe nicht. Wie sieht es denn eigentlich in der Mid-Lane aus? Der Asi hat auch direkt gemeldet. Okay, Main, Mid. Das heißt, eigentlich sollte der ganz gut da zurechtkommen. Aber, hm, scheinbar nicht. Okay, der Turret ist down auf der Top-Lane. Was insofern blöd ist, dass wir jetzt nicht mehr ganz sicher fahren können. Wir sind hier immer in einer etwas riskanten Position, weil wir hier quasi von mehreren Stellen gegankt werden können. Aber, solange wir hier noch stehen, ist es, denke ich, einigermaßen okay. Sobald wir jetzt zum Gegner richten Turret gehen, wird es gefährlich. So, Gegner hatte ich schon signalisiert. Ja, kein Problem. Kann man auch zweimal signalisieren, dass der weg ist. Manche übersehen das ja auch. Ich kenne das auch selbst aus meinen Spielen. Ja, der Asi steht 1-4. Das ist nicht so cool. Ja, Gang then. Hm, kann ich dir sagen, Asi bringt auch nicht so viel, wenn die Nidalee gankt. Am Anfang, der hat zwar fast einen Kill gebracht, aber im Endeffekt, ja, es wäre auch sowieso. Also, sie hätten einen Kill erzielt, aber die Nidalee ist ja auch dabei gestorben. Von daher, so sinnvoll sind die Gangs von ihr bis jetzt nicht gewesen. So, der W-Spell. Ja, viel zu weit entfernt. Ja, aber schön, dass die Nidalee auch kurz vorbeigeschaut hat. Hat uns ein bisschen wieder ans Oberwasser gebracht. 219 Farben nach 16 Minuten, beziehungsweise 219 Stacks. Geht schon. Hatte schon bessere Spiele, aber auch schon wesentlich schlechtere. So, und wir sind jetzt im Level sogar über der Akali. Aber wenn das mal nichts ist, immerhin. Und das, obwohl sie... Hat sie mehr Farben? Ne, wir haben sie mittlerweile im Farm auch überholt. Aber sie hat trotzdem 2 Kills mehr und trotzdem sind wir über hier im Level. Das ist auch ganz cool. So, aber solange ich hier nichts habe an Wards... Ja, ich habe meinen hier noch, den kann ich platzieren, aber trotzdem, die könnten auch in unserem Jungle überall sein. Das ist eigentlich ein bisschen doof, die Situation gerade. Deswegen möchte ich da auch nicht allzu risky jetzt vorgehen. So, versammelt sich irgendwie alles in der Middle-Ain gerade. Boah, Gott. Nidalee und Asir sterben. Steht mittlerweile 511 und wir sind immer noch nur an einem Tod verantwortlich. Und wir hätten faktisch fast schon Kill bekommen müssen. Das heißt, wir stehen so mit am ausgeglichensten, würde ich sagen. Aber der Kogmarf hat immerhin 3-1, der ADC. Das ist zumindest ein Lichtblick am Ende des Tunnels. So, schauen wir mal. Ja, die machen jetzt wahrscheinlich den zweiten Drake. Ne, ja, ne, da können wir auch nicht viel dran ändern. Wie ist es halt so? Hat der Gegner jetzt noch mehr, noch einen größeren Vorsprung? Haben die schon den zweiten Drake? Ne, noch nicht. Noch haben die... Ja, jetzt haben die den. Der zweite bringt, glaube ich, Movement Speed oder zusätzlichen Damage bei Turrets. Ja, zusätzlichen Damage an Turrets und Gebäuden. Der dritte bringt dann Movement Speed. So, hier raus. Och, komm Nasus. Bleib doch nicht überall hängen, du hängengebliebener Nasus. Jetzt komm her. Na, die Ulti zünden. Ne, ja, ne, ne, ne. Wir könnten zwar engagen, aber wir haben kaum Mana. Das wird höchstens noch für einen Q-Spell reichen, aber da würde ich den auch gerne nochmal erst slowen und dann engagen. Ah, jetzt haben wir gar keinen Mana mehr. Nicht so cool. Holen uns trotzdem noch die Golems. Och Gott. Ihr habt es auch gesehen. Ich habe auf den gezeigt... Ich habe auch draufgeklickt. So, okay, dann machen wir den so fertig. Der große bringt sowieso mehr Specs. Und auch das Level Up haben wir. Und die Akali fehlt auf der Top Lane. Ja, immerhin hat der Asie jetzt mal den Zett hinbekommen. Zweiter Kill für ihn. Zett steht aber schon 7 zu 3. Das ist nicht so cool. Da werde ich vielleicht sogar mein Item-Bild überdenken, denn eigentlich gehe ich auf Frozen Heart mit Nasus. Und da werde ich vielleicht Thornmail bauen, weil Thornmail... Da macht der Zett teilweise sich selbst mehr Damage als mir. Können Imperien vernichten. So, und jetzt erstmal auf die Top Lane gehen. Ja, oh Gott, Asie. Meine Güte. Spiel auch mal ein bisschen safe. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich meine, ich habe den Gegner... Ja, ich habe signalisiert. Akali ist weg. Wenn er dann trotzdem erwischt wird. Ja. Oh Gott, und jetzt auch noch der Kog Mav, der hier gegen die fällt. Okay, ist aber eigentlich jetzt für uns ganz gut, dass wir die Top Lane pushen können. Das heißt, jetzt auch teilweise gar nicht auf die Last Hits achten, sondern versuchen, einfach nur ein bisschen zu Turret zu kommen und dann den Turret eventuell zu kriegen. Das wäre genial. So, aber den will ich auch noch mitnehmen als Stack. So, Gok Mav, Leona, sind beide tot. Oh Gott, der Gegner hat einen Turm zerstört. Das ist irgendwie der meistgehörte Satz von mir bis jetzt. Neben, ähm, ein Verbündeter ist gefallen. Oder wie heißt das immer? An ally has been slain. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wie dem auch sei. Ah, der Turret hat uns kurz anvisiert. Kurz rausgehen aus der Range. So, der E-Spell von Nasus ist auch ziemlich cool. Macht ein bisschen von der Armor vom Gegner weg. Ah, da wollte ich jetzt eigentlich den Turret haben, aber... gegen eine 4-0 Akali, da will ich nicht engagen. Nee, danke. Da habe ich auf jeden Fall gerade Besseres zu tun. Na, aber das wird schon eng. 4-0 Akali, 8-3-Z. Immerhin hat der Lucian so gut wie gar nichts gerade. 1-1-2. Das geht ja noch. Das ist ein Targons Panzer. Das Item kenne ich ja gar nicht. Also zumindest die deutsche Bezeichnung. Ach, das ist das, die zweite Stufe von dem Support-Item. Wo man auch als Supporter hin und wieder nochmal Last-Hitten darf. Und wo das einem auch wesentlich erleichtert wird. So, die Top-Lane fehlt wieder. Nein, wir geben kein Ranked-Match auf. Ey, wenn das jetzt surrendert wird... Ja, sehr gut. Ah, das ist eng. Ja, nee, da will ich aber nicht mehr gegen die Akali engagen. Ja, aber wir können uns hochheilen. Mit unserem Lifestil. Egal, egal. Dann stelle ich mich kurz unter den Turret. Farm hier nochmal kurz. Top-Lane fehlt mal wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann. Ja, ich habe schon wesentlich hoffnungslosere Spiele gewonnen. Wo es in StarCraft richtig schlimm um uns stand. Aber wo ich trotzdem ordentlich was an Kills geholt. Äh, Quatsch an Kills. Wo ich ordentlich... Wo man trotzdem im Endeffekt nochmal das Spiel gewonnen hat. Eigentlich ist echt nichts unmöglich. Und das ist... Klingt wie so ein Spruch, den man lapidar... Hinsagt, aber... Ähm... Es stimmt aber auch. Es ist echt nichts unmöglich. Und das habe ich gemerkt, als ich... Mit gutem Micro dann... Gut, äh... Ja, was... Wie war das nochmal? Fünf Marauder, zehn Marines... Mit so sieben, acht Stalkern höchstens besiegt habe. Oder fünf, sechs Stalkern. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe das Replay gespeichert. Das war unheimlich krass, das Match. So, die Akali, die können wir hier eventuell noch bekommen. Ja, die hat den Schaden noch bekommen von dem einen. Jetzt der zweite Crew. Und das dritte Mal... Nein, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Dieses Pech. Dieses Pech ist doch unglaublich. Oh nein. Das meine ich. Ich hätte jetzt eventuell schon zwei Kills haben können. Und das wäre es gewesen. Der Gegner hat den Drachen getötet, aber... Oh Gott. Ja, jetzt beschweren sich die Leute aus dem Team, ob ich denn nicht mal helfen könnte. Wenn die nicht die ganze Zeit sterben würden, würde ich das eventuell ja auch tun. So, wir müssten unbedingt ein bisschen carryen. Das heißt, ich gehe jetzt auf... Äh... Ja, du hast es nochmal... Schien, Glanz. Müsste es heißen auf Deutsch, ja. Auf Glanz, ähm... Mal gucken, was wir noch so reißen können. So, wir gehen jetzt mal kurz auf die Midlane, weil eigentlich ist es wichtig... Das ist das Beschissene an Nasus. Wenn die Lanes verkacken, dann muss man denen ja recht früh immer aushelfen. Und dann kommt man selbst nicht mehr zum Farmen. Und wie gesagt, Farmen ist mit Nasus eigentlich das Wichtigste. Und... Ja, wenn man nicht farmt, weil man den anderen aushelfen muss, ist man dann im Endeffekt recht schwach. So, aber hier sind wir schon ganz gut dabei. Schaut mal, der Zed, ja, der wird uns mit der Ulti auch nicht kriegen. Ja, easy. Oh, wir haben schon ordentlich Leben verloren, aber das war... So, und da sehen die auch mal... Nichts ist unmöglich. Und vor allem nicht mit einem gefiederten Nasus. Wenn ich mal gefiedert bin, dann können wir gerne nochmal drüber reden. So, und der Blitzcrank... Ah, nein, 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 nein. Das ist gar nicht so cool. Das ist gar nicht cool. Ah, nee, da gehen wir lieber kurz raus. So, so schnell wie möglich zurückgehen, Leute. Ja, nee, keine Rücksicht auf die Verluste. Der Arzier, wow, der hat nochmal einen Double-Kill hinbekommen. Immerhin. Sehr schön. So, und da hätten wir uns eigentlich schon backporten können, aber... Ja, das nimmt sich nicht viel, die Zeit, die wir hier gewonnen oder verloren haben. So, und jetzt warten wir auf volles Mana und porten uns hierhin zurück. Hochheilen können wir uns auch hier. Ja, wir haben ohnehin nur 100 Leben, die uns fehlen. Die haben wir mit einem einzigen Farm bekommen. Heißt es safely? Okay, einfach defensiver spielen. So, und dann holen wir uns hier noch ganz kurz... Oder, nee, gehen wir in die Mitte. Helfen wir dem Team mal ein bisschen aus. So, das ist es. Ich könnte jetzt eigentlich nicht entspannt weiterfarmen, aber... Ich muss hier in die Mitte und Champions farmen. Das ist nicht ganz so cool. Ja, wo ist denn die Person Nummer 5? Leona ist tot. Ja, und da kann er quasi auch schon Gedanken lesen, der Kollege. Ja, was die Juani bei der Ulti da... Ja, schade, die haben den Asi rausgepickt. Nicht ganz so cool. Wenn die mich jetzt grabben würden, der Blitzcrank hier, ich stehe bereit, fände ich das schon cool. So, wen sollte man denn fokusten? Die Akali könnte man fokusten. Und... Bam, der Lucian. Habt ihr das gesehen? Was ein schöner Spell. Komm schon, komm schon. Ach nee. Nein. Nein. Der Blitzcrank kommt noch weg. Aber der Zett nicht. Dafür sorge ich. Ach, komm. Der war doch locker in der Reichweite. Oh, Mann, ey. Was ein Scheiß. Schade, schade. Aber ein guter Trade. Ein Tod oder zwei, glaube ich. Ja, der Asi am Anfang wurde rausgepickt. Aber insgesamt zwei Kills erz... Äh, Quatsch. Drei Kills erzielt sogar. Das sieht gut aus. Kann man sich ein bisschen zurückkämpfen. So, und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen die Top-Lane hier kurz fahr... Ja, komm schon, Kog'Math. Ja, sehr gut. Sehr gut, Kog'Math überlebt das. So, und wir kommen dazu. Kurz Slow zünden. Und auch wenn wir eventuell sterben, ist es auch nicht allzu schlimm. Wenn wir die alle hier saven könnten. Ja, okay, aber da kommt die Akali. Ah, nicht so cool. Nicht so cool. Ah, Vater, der hätte vielleicht nochmal mit der Passiv in den Blitzcrank kriegen können. Hat aber nicht ganz hingehauen. Ja, da hat jemand ein Triple-Kill erzielt. Ich glaube, das war der Zett. So, aber wir können uns nochmal... Hier, was sollen wir uns denn holen? Geil, äh, ja, 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 ja. Bin mir unsicher. Maggi-Risi, hier haben wir es ja. Ja, Lucian hat uns auf jeden Fall down gekriegt. Schade eigentlich, so stark ist der Lucian gar nicht. So, und eigentlich würde ich mir gerne die Erweiterung zum Trinket holen. Aber, äh, hab gerade nicht das Geld dazu. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich schon fast ein hoffnungsloser Kampf, aber ich probiere es trotzdem, ja. Wir können es eventuell echt noch durchcarryen. Ja, okay, jetzt haben die den Drake gemacht. Äh, schade. Den fünften dürfen die nicht machen. Wo Engel sich fürchten. So, und die Super-Medians hier verteidigen. So, wieder gestackt. Schade, gerade eben hatten wir noch sogar den Blubach. Der ist jetzt auch weg. So, hier die Vögelchen holen. Wie heißen die eigentlich? Roter Greifvogel. Aha. Ja, komm, nieder. Hol ihn dir. Okay, dann nicht. Äh, ja, dann holen wir uns mal die Akali. So, und die wird sich jetzt wundern. Ah, okay. Oder auch nicht. Alternativ werden wir uns wundern. Ich ziehe da hin. So, wobei benötigt ihr denn Hilfe? Oh, hier. So, sehr gut. Ah, nicht grabben. Ja, sehr gut. Da ist das Schild. Banshees Vale war das, glaube ich, ja. Hat sich da vor dem Grab noch gelöst. Oh, oh. Ja, ja, ja. Sehr gut. Asir überlebt das. Ah, der Kogma wird hier rausgefokust. Und jetzt engagen wir. Boah, der Zett ist auch ganz schnell down. Keiner fokust den Lucian. Scheiße, der stand viel zu weit weg von mir. Sonst hätte ich den auch gefokust. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Aber in dieser Situation aufzugeben ist aber auch echt, finde ich, zeugt nicht von Charakterstärke. Ich meine, die Gegner, die sollten auch wirklich so gewinnen, wie sie es würdig sind. Nämlich in dem Fall hätten sie es sich verdient, auch von selbst den Nexus niederzureißen und nicht einfach so gegen aufgebende Spieler zu spielen. Ja, komm, komm, mach was. Ja, mach den, mach den Sejuani platt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Die sind viel zu greedy gerade, die Gegner. Verlieren auch entsprechend gerade nochmal einen Champ. Ah, schade, der Lucian, den hätten wir fast noch bekommen. Die Minions auf der Botlane gefallen mir aber auch nicht. Okay, wir können uns gleich Banshees holen. Schauen wir mal. Was sich hier noch machen lässt. Banshees und dann noch Guardian Angel. Die Schuhe ausbauen und Trinity. Und dann hätten wir meinen allgemeinen Build fertig. So, was ich am liebsten eigentlich baue. Okay, der Z geht zurück. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt in jeder Situation engagen. So, Banshees haben wir uns geholt. Guardian Angel wird dann wahrscheinlich das nächste sein, was ich mir hole. Das nächste Item. So, aber hier überraschen wir erstmal die Akali auf der Toplane. Ja, kein Problem. Da kommen wir auch gegen Blitzcrane, klar. Und die Dings haben wir auch schon. Ah, Sidwani. Oh, das ist gerade eine schwierige Situation. Scheiße. Ah, komm, den Lucian hätte man fast bekommen. Fuck. Jetzt bitte verteidigen. Bitte, bitte guck mal auf. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin, Digga. Okay, das ist eigentlich schon fast verloren. Aber. Ja, nee, GG ist es noch nicht. GG ist es noch lange nicht. Chance haben wir auf jeden Fall noch. Wir sind jetzt zurück. So, die sollten auch erstmal ein bisschen zurückgehen, bis ich zum Beispiel da bin. Oder auch der gute Asi. Oder alle. Okay, der Drake. Wenn die den fünften Drake machen, wird es eigentlich echt schwierig für uns. Ich habe Jahrhunderte gewartet. Ah, okay. Die haben den fünften Drake gemacht. Wie es aussieht. Und das scheint es gewesen zu sein. So gut wie. Ja, die Akali, die ist da sehr, sehr risky. Sehr, sehr, sehr risky. Ach, schade. Schade, schade. Aber hier auf der Top-Lane eventuell kann die Niederleder noch was reißen. Komm schon, bitte. Top-Lane habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Ich meinte natürlich die Bot-Lane. Oh, nee, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Nee. Nee, das haben wir verloren. Ja. Eigentlich scheiße, hier mit einer Niederlage in die Serie zu starten. Aber ihr habt selbst gesehen, wir waren eigentlich auch gar nicht mal so schlecht dabei. Der Support kriegt noch den Ace. Ja. Ja, Defeat heißt es. Leider, leider, leider. Aber so schlecht waren wir gar nicht dabei eigentlich. Wir hatten, glaube ich, den... Ja, nee. Lucien hatte sogar noch den meisten Farmen. Sogar mit Abstand. Konnte sich da auch wahrscheinlich irgendwann einfach drauf konzentrieren. Ja. Ja, mit Statics schief und... Ja, wenn man ein bisschen mehr Angriffstempo hat, dann geht es ja auch eigentlich ganz gut mit dem Farmen. Ja, wir selbst waren immerhin Zweiter, was dies betrifft. Wir haben jetzt nur noch 29 Punkte. Scheiße. Ja, schauen wir mal kurz auf die Graphen. Verursachter Schaden. Da sind wir auf 1 aus unserem Team. Was auch von der Qualität des Teams zeugt. Ich will es eigentlich... Ach, wir können 7 GB Speicherplatz freimachen. Gut zu wissen. Herzlichen Dank, C-Cleaner. Äh, ja. Wir haben den meisten Schaden verursacht, was eigentlich kein Leistungsmerkmal für unser Team ist. Oh, wir haben sogar mehr gemacht noch als die Akali. Und am meisten hat er Lucien gemacht. Den hatte ich gar nicht so auf dem Bild. Ähm, auf dem Schirm. Der hatte aber doch dann 12 Kills am Ende. Aber der war von Anfang an gar nicht mal so stark. Ich glaube, der ist, äh, Quatsch, der ist Sijuani. Der Set, der war von Anfang an halt gefeedet. Und, ähm, ja, wäre das am Anfang nicht gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich eine sehr viel bessere Chance gehabt. Dann hätten wir eventuell noch 1, 2 Kills. Wenn der Asi ein bisschen sich gut angestellt hätte, hätte er noch 1, 2 Kills mehr gehabt. Dann hätten wir, äh, dann hätte auch der gegnerische Set eventuell 3, 4 Kills weniger gehabt. Und, äh, 1, 2 Tode mehr eventuell. Aber hätte, wäre, wenn gibt's natürlich nicht. Wir könnten auch sagen, wenn wir die Akali zweimal auf der Topplane gekillt hätten, wo die echt nur noch knapp survived hat, dann hätten wir das noch, äh, ja, richtig gut carrying können. Weil das hätte uns einiges an Gold gebracht. Vor allem in der Anfangsphase wäre das ganz wichtig gewesen. Da hätten wir viel besser farmen können. Und dann hätte sie auch eventuell etwas schlechter farmen können. Weil, das eine Mal war ja, als die Niederley gegankt hat, da hätte die Niederley immerhin den Kill bekommen. Wir hätten den Assist bekommen. Dafür bekommt man ja auch einiges an Gold noch gestellt. Ja, und hier können wir nochmal auf den erlittenen Schaden schauen. Aber da haben wir auch am meisten erlitten. Ja, das heißt, wir waren auch sowohl Tank als auch Damage, also Tank unseres Teams, als auch der Damage Dealer. Ja, und Heilung gewirkt, ja, das ist wahrscheinlich dann, Moment, Heilung gewirkt, da müssten wir uns aber doch eigentlich durch, oder zählt Lifestyle hier gar nicht rein? Naja, ich weiß es gar nicht. Glöster Blutrausch, das, oh, nee, ah, nee, achso, ja, nee, ich habe gerade Blutrausch mit hier, wie heißt das, Blutraub verwechselt, mit Lebensraub, genau. Ja, und Lebensraub auch mit Blutraub, wegen Blutdürster. Ja, äh, ja, ja, so schön in den deutschen Begrifflichkeiten durcheinander gekommen, ja. Aber schade, dass wir verloren haben, kann man manchmal aber nicht ändern. Wie dem auch sei, war trotzdem ein ganz nettes Match. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal ein. Der nächste Teil wird nicht lange auf sich warten lassen. Und dann werde ich auch regelmäßiger League of Legends Videos releasen. Das Tutorial wird auch demnächst erscheinen. Das kostet mich einiges an Produktionsaufwand, weil da muss man auch wirklich einiges schon schneiden. Dann passe ich auch immer den Sound ab, etc., etc. Videos schneiden nimmt halt mehr Zeit ein, als man am Anfang vermutet. Aber ich verabschiede mich jetzt fürs Erste und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.